Manche von euch kennen mein Problem. Ich hätte gerne einen Ford Flex, aber ein Ford Flex wird nicht mehr gebaut. Moment, wir haben hier einen Siebensitzer. Ich glaube, Windfast hat für mich die Lösung geboten. Wenn man mal so eine Sekunde von schräg hinten schaut, haben wir dieses Kombi-artige, aber ohne zu viel SUV zu sein. Wenn man hinten reinschaut, merkt man, Moment, da ist verdammt viel Platz. Ich merke schon, ihr seid mal wieder schwer zu überzeugen, dass das hier der legitime Ford Flex Nachfolger für mich ist. Oh, ganz gemütlich. Haptische Tasten, Head-Up-Display, großes Display hier. Okay, ihr wollt Design haben. Tim, zeig Ihnen die Motorhaube.